All right, was ist das hier, Bro? Was ist das hier? Norix glaubt, er ist Powerplatte for real. Ey, Marcel. Dominik, hast du einen schwäbischen Mod? Ich hab einen schwäbischen Mod, der mein bester Freund ist, ja. Also du bist wirklich... Also du würdest mich wirklich einweisen. Digga, ich kenn den schon seit fünf Jahren oder so. Meint ihr ernst? Denkst du manchmal, du bist der Auserwählte? Actually manchmal ja, ich denk manchmal, ich bin der Auserwählte. Heilige Scheiße. Digga, ich versteh das Spiel jetzt langsam. Bro, ist das crazy. Das ist wirklich verrückt, Mann. Das ist wirklich verrückt. Was ist mit Hugo passiert? Diese Donations machen mir immer Angst. Mann, Junge, ist das scheiße, Digga. Kennst du ihn schon? Ich glaube, das ist das beste TikTok unter 200 Likes, was ich je gesehen hab. Alter, holy shit. Bei dem You Can Never Break Me, wo er so mehrmals was macht. Digga. Was eine Scheiße, Bro. Was eine Scheiße. Oh mein Gott, Digga. Scheiße, hab ich euch irgendwas lustiges geliked? Lauf auf, schock's und chill meine Fatness. Rosenthal, verteile die Päckchen. Dicker als ob du kleiner Terroir. Auf einem Film war ich schon mit 16. Mit 16, was für Zuhause Fernsehen. Bitte wettern sich ernst nehmen. Aber warum läuft er los im Hintergrund? Ey, dann, diese Hamster-Videos haben sie mir eingetan, Chad. Ist Ihnen klar, warum wir sie angehalten haben? Weil sie einen wegnagelt haben möchten. Digga, diese Videos sind so geil. Ich bin fett, aber ich bin immer noch ein intelligenterer Mensch als du, denn ich muss dich nicht beleidigen. Du bist so scheiße. Ja, die fand ich auch so stark. Dann hier, Realtalk, Chad. Ich glaube, das ist das cleanste Edit, was ich gesehen hab bis jetzt. Das ist ein Edit von Topgolf, wo wir waren. Jetzt denkt ihr euch, what the fuck? Zwischen einmal einem Vlog und einmal einem Stream. Und das ist crazy smooth gemacht. Das fand ich smooth. Smooth executed. Den fand ich auch stark, weil das sind Marsch und ich im Auto jedes Mal. Vor einem Kilometer hätten wir abbiegen müssen. Digga, immer, immer, immer. What the fuck? Den Aufsteig. Hast du dich schon fünf davon gegessen? Lecki Kinderriegel. Ich liebe diese Videos. Real talk, real talk. Was hab ich noch? Was hab ich noch gemerkt? Der ist doch stark. Warst du nicht schon gestern hier? Lecker Düni. Lecker Düni, Digga. Hab ich jetzt mal Hugo drauf verlinkt? Den fand ich auch gut. Paar Platte ist live, lass anschauen. Wir können nicht immer Paar Platte schauen. Mach was anderes an. Und dann er hier. Oh man, den fand ich auch gut. Lifehacks for Boomers, part one. If you're at the airport and your flight is delayed, it's actually the fault of the lowest level employee. The longer and louder you yell at them, the sooner your plane will arrive. Digga. Und den macht dich auch. Hallo, what? Guck mal, hier. So dieser Unterschied von Love Language. Einmal Basti. Hallo, what's up, Freunde? Ich bin's mal wieder und keine Angst, das wird keine super lange Sprachnachricht, sondern eine, naja, normale. Ich versuch mich kurz zu fassen. Ich hoffe, es geht euch ein, soweit sehr gut. Ich wollte mich ganz kurz melden und auch erstmal bedanken für die 400.000. Es ist ultra krass, weil es gibt in Deutschland super wenig WhatsApp-Kanäle mit so vielen Leuten. Ihr seid alle zur Fiktoren, Söhne. Hallo, what's up, what's up. Mein Family ist immer, wenn ich mal gucke, was die anderen Leute in ihrer WhatsApp-Gruppe da machen, Alter. Und Basti dann mal den entspannten 30-Minuten-Knüppel da hochgeladen hat. Digga, wer hört sich das an, Alter? Holy shit. 30-Minuten-Brecher. What the fuck. Einfach Q&A auf einmal. Leute, mit denen deine Freundin in einer Stadt gelebt hat. Kiel lebt. Ja, es gibt auch so ein, ähm, was ist das, so eine Oma, die beatboxt und die rappt oder so? Irgendwie so, die kommt, glaube ich, auch aus Kiel. Masha Maitre, der hatte ich schon mal gesehen. Die Karten sind von Ebay, lol. Oh shit. Oh shit, Bro, wurde gefickt. Holy shit. Easy. Easy, easy. Chat Daily Reminder, dass Kevin und er den gleichen Vertrag haben. Ich meine Technik gesehen haben wir nicht. Wir haben nicht gesehen. Holy shit. Wie ist das Video vor neun Monaten hochgeladen worden und dann ist es 4 zu 3. The fuck. Ähm, Bro, das ist fake. Das ist fake. Das ist fake. Das ist niemals echt. Ich wollte nicht sagen, jemand hat alle drei ägyptischen Gönnerkarten zweimal fucking Exodia, den weißen Hurensohn Drachen. Übrigens in der schlechteren Version, in my opinion. Es gibt ja zwei. Es gibt ja diesen hier und dann gibt es auch diesen anderen. Äh, äh, eiskalter Drache. Wie heißt der nochmal? Blauer Drache mit eiskalten Blick oder so? Okay, schaut, schaut, schaut. Es gibt einmal, es gibt einmal den hier. Okay, den. Dann gibt es den. Und dann gibt es den hier. Ah, ich kann den grad irgendwie nicht anklicken, aber ihr checkt den da. Äh, hier ist er. Okay. Ich weiß nicht, ob es noch mehr geht. Aber ich sag euch jetzt was, okay? Und wenn ihr das nicht so seht, möchte ich nicht mit euch chillen, okay? Das hier, das hier ist mit Abstand der coolste. Okay, das hier ist mit Abstand der coolste. Dann der. Und der hier geht gar nicht. Bro, der geht gar nicht, Bro. Der ist mega low. Bro, der ist so fucking OG. Der ist es. Der und dann der. Aber der hier ist, der ist der crazyste. Die Karten gibt's für 8 Euro auf Otto. Na, Bro. Na, Bro. Wirklich? Sind die so wenig wert? Ich finde, diese Arzne hätten for real gewinnen müssen. Zwei Würstchen. Ah, Silderstack. Äh, der Linke ist der Game. Ich hab nur... Hab heute mal deine GTA-Methode getestet. 5 Kartenakt. Schon Travis Leak gehört? Gänse out, ich muss Loblied singen, das zur Seite werfen. Komm jedes Mal Gänse out, ja, wenn du in der Nähe bist. Ich will meine drücken, ein grünes Licht. Ich möchte so sein, ich will Linie drücken, ja. Ich möchte meine Linie drücken, Digger. Oh, der gestern Abend mit bisschen Schnupp. Das hier? Schatz, ich muss dir was beichten. Mark Forster hat das Werbegeben... Ich bin Alkoholiker. Bro, das ist so... Das ist so Dings-Shit. Ähm, ASDF, Bruder. One eye open when I'm sleeping. One eye... Ein Auge offen, wenn ich schlafe. Ein Auge... Ich glaub nicht, dass die Leute, die AI-Stuff entwickelt haben, dachten, dass wir das damit machen. Die Leute dachten, glaub ich, dass wir... Keine Ahnung, irgendwie... Weiß ich nicht. Wir werden Heilmittel für Krebs finden oder so. Du bist ja wirklich 1,60 groß. Digger, der geht so hart, ich hol den mal rein. Heute kleiner Gast auftritt. Ich hol den Chef einfach mal. Bro, woher hat er das? Woher hat er das, Bro? What the fuck? Das musste ich mir reinziehen, als du weg warst. Hilfe. Mike, wird er daraus lernen und sich in Zukunft bessern? Und, ähm... Ja, das ist ja klar. Bruder, warum sieht Wichtiger rechts unten aus wie so... Wie so ein Highschool-Mobber? Bro, er sieht so aus, als würde er so Leute in so einen Spimm drücken. Ich sehe dich bei dem Spiel. Digga. Zeig doch mal deine... Die Jacke, ja. Mike, wird er daraus lernen und sich in Zukunft bessern? Oder wirklich, das macht er auch. Ja, ja, real talk, real talk. Ey, Mann, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Wichtiger. Wir können kein Bild machen. Das hier ist die Schule, Mann. Wir machen hier kein Bild. Dafür habe ich keine Zeit. Du wolltest ja dieses VR-Laufband kaufen. Family Walk Ruined by Monsters? Ist das, äh... Ist das Forrest? Bruder, ich habe irgendwie das Gefühl, das Kind ist ein bisschen zu jung, um mit so einer Waffe auf so riesige Mutantenspinnen zu schießen. Ich weiß nicht, ob es ich bin, aber irgendwie, Bro, der sah ein bisschen zu jung aus. Also der war legit unter zwölf. Nein, das Part... Achso, ist Amerika. Ja, gut. Classic, classic. Hier, Arschloch. Ja, das ist Cap, Bro. Das ist so fucking Google-Bilder, Bro. Niemals sind die echt, Digga. Real talk, keiner hatte die. Keiner hatte die. Das ist Cap. Fake, alright? Fake. Ich glaube es nur, wenn du noch eine Donation machst, weil... Und mein Stream zu sehen ist, alright? Warum sind hier so Felder? Great, das ist vielleicht... Vielleicht ist es wirklich fake. Guck mal, hier sind so die Sachen gehighlighted. Warum ist das so? Oder ist das irgendwie so ein goofy-ass Android-Feature? Was ich gerade nicht check. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es so ein... Ich kann mit meinem Handy zum Mond zoomen. Feature. Ist Google Lens? Ja, aber Bro. Ich will doch nicht Google Lens haben, wenn ich ein Foto mache und es Leuten schicke. Das ist safety-Hülle. Das wäre voll die goofy-Hülle, Bro. Wenn da einfach so gehighlightete Fenster wären. Nee, nee, nee. Ich glaube, das ist Google Lens oder so. Oder es ist ein Screenshot, ja. Aber bei Screenshoten finde ich dann wieder sassy. Ich sage es nicht echt. Ich sage, keiner von euch hat Exodia, Bro. Boom. Was soll die jetzt machen, ne? Bro, meinst du die neuen Song auf Spotify? Ernst du, das ist ein Troll. Mann, Bruder. Also wirklich bei Gott. Es tut mir wirklich auch leid, das sagen zu müssen. Aber Spotify auch einen Haufen Scheiße. Bro, irgendwelche Vollpfosten. Marco 14 kann irgendeine AI-Scheiße hier realisieren. Bro, was ist das? Was ist das für eine Scheiße, Digga? Und Spotify, da gehen nicht irgendwie die Alarmglocken los. Bro, hier sind so viele. Das habe ich auch nicht hochgeladen. Bruder, das kriegen die seit vier Monaten nicht runter. Was ist das für ein Haufen Müll da? Bruder, was ist das hier? Ist das Deezer oder was? Bro, ihr seid Spotify, Jungs. Alter, es fackt mich so böse krank ab. Und dann denken Leute wahrscheinlich so wirklich noch, dass das von mir ist. Digga, ist es nicht. Es ist von irgendeinem Hurensohn, der das hochgeladen hat, Bro. Ultra cringe. Ey, wenn ihr die ganzen Sachen irgendwie ript oder so. Okay, mach doch. Werden wir trotzdem wegstriken. Aber release es doch nicht über mein fucking Profil wie nervig. Bro, das ist so cringe, Digga. Real talk. Boah, besser als das erste. Ja, Real talk. Gib doch zu, dass du das warst. Ja, okay, komm, ich war's. Ja, komm, ich war's. Kannst ruhig zu deiner Musik stehen. Ja, okay, erwischt. Erwischt. Ihr habt mich. Ihr habt mich. Dein neuer Spotify-Song Ultra der Banger. Nicht, bitte lass dir helfen. Was ist das bitte? Mann, Leute, es ist nicht mein Song. Shut the fuck up. Es ist nicht weiter. All right? Ich habe damit nicht. Bro, irgend so einen Vollfassen hat die Scheiße gerippt. Bro, meine Musik ist fucking arsch, okay? Aber so arsch ist sie nicht. Bro, man hört doch auch raus, dass das nicht ernst gemeint ist, beziehungsweise, dass das irgendwer mit AI gemacht hat. Also, Leute, ich bitte euch. Das hört man doch, Bro. What the fuck? Seit wann sind deine Songs so gut und feier die neuen Songs? Oh, mein Gott, Bro. Shut the fuck up.